ist der beste begleiter überhaupt der ist besser als wohl sind wir bald tot, 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 wir sind schon in der hölle, wir sind schon in der hölle, wir sind schon halbwegs tot, darf ich das nicht von einem niveau zerstören, ja bitte, wunderbar, danke, das hat uns gerade noch gefühlt, Moment, hatten wir hier nicht irgendwo einen Wegpunkt, gibt es hier nicht, no, ja wir hatten uns auch schon den richtigen Wegpunkt geholt, und zwar statt der verdammten, ich komme da nicht hin, da jetzt, so, statt der verdummten, yeah, was ist das denn hier, guck mal, da geht eine Treppe runter, ja, da müssen wir, ja, wunderschön, Flammenfluss, ich komme nicht rein, oh mein Gott, ist das schön hell hier, uh, habt ihr schön beleuchtet, gibt es hier nicht, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt schon wieder eine andere Steuerung nehmen, wow, ich bin das nicht mehr gewohnt, Zwischen drei Spielen von der Tastaturhaltung hin und her zu wechseln, ist so abartig, ich verstehe dich, ich verstehe dich, ganz ehrlich, misst das Inventar scheißegal, ich lasse einfach alles liegen, rede ich so, irgendwer sammelt schon auf, ja, ich, erstens das und zweitens, ich komme mit dem einen Sammeln hier nicht zurecht, falsche Klasse, wer weiß, was, gleich habe ich für den, das ganze Spielsystem gefällt dir einfach nicht, ja, du kommst auf das Spiel nicht klar, du bist einfach nicht gewöhnt, warum habe ich plötzlich direkt meine Manaanzeige, was habe ich gedrückt, hm, ich kann unten rechts, dass ich meinen Mana lesen, finde ich noch, Ah so, hmm, Dinge, wo man nicht weiß, welchen Knopf man drückt hat, Moment, was haben wir denn da gefunden, Hmm, keine Ahnung, Das Auge von Etlich, Was ist das? Na, Etlich. Zu allen Fertigkeiten erhöht um zwei bis fünf Kälte Schaden, drei Prozent absorbiertes Leben pro Treffer, plus 26 Verteidigung gegen Geschoss. ich will es nur sehen du kannst ja das ist gut für jemanden der viele verschiedene fähigkeiten benutzt mussten sie lassen ich habe es nur eingeseitiert auch mal sehen ein amulett mit 1 2 1 fähigkeiten das ist so was zu finden mir rat nicht obelist was habt ihr gegen raum und obelist warum nicht silf schlifer ach slifer genau slifer ich wusste irgend so ein beschissener namen ist schleifer ja vor allem schleifer schleifer irgendwie wie in die welt direktor ach ich lauf man da wochen oder sagen was ist mit der hagel folge die liebe für die hagel mein dv ist cool schon wieder mal leer was zur hölle weil ich habe sogar meine meine regenerationsaura ich habe flaschen ich glaube die nächsten punkte benutze ich echt nur noch auf moment ich habe es gleich ich habe es gleich wärmer genau tust du ja doch nicht mach doch nicht war ich kann mich nicht erinnern dass man so schnell schon so höllisch unterwegs war in dem spiel auch durch kommen auch wow ich habe mich das gefühl dass ich auch was elite wo 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 der der tot ist ja genau der norm gefürzt ich bin unschuldig da waren damit ist weil guck mal der block ist eine brücke dann müssen wir damit die brücke ist das müssen wir viele von euch in den kommentaren gesagt haben ich sollte vielleicht mal aufhören als amazone immer an der front zu stehen aber es macht so einen spaß ich stehe hier gerne vorne und fress schaden muss man das spiel ein bisschen unterstellen also eine tankzone ist auch ganz gut tankzone pfui es funktioniert das ist mir klar trotzdem pfui ist tankzone eine zone wo getankt wird ja geil it's simple we kill the tank oh wartet mal eine sekunde wir können warten aber die monster da nicht ja 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 ich warte jetzt und jetzt ist er fertig ich musste nur euch mal ein bisschen lauter stellen ihr wart mir zu leise nur das kommt vor deswegen muss ich einmal raus und einmal hier euch lauter stellen kann ich das auch so machen meine effekte hätten sie jetzt nicht auf die scheißpflege haben können ohne fresser äh shadow ich habe einen äh großen zauber für dich den du haben willst ich hoffe einfach mal ihr seid jetzt verzaubert und macht unter anderem feuer schaden bitte den zauber willst du haben und behalten also glaub mir du willst ihn haben komm ich packe jetzt mal mein dründchen weg so wie war das nochmal sie brauchen nicht der ring der ring braucht sie wo kam das nochmal her von stampi also ich meine der soll bling bling verkäufer werden wenn es mit dem psycho zeug nicht klappt glaub mir du brauchst diesen zauber ne brauche ich nicht der zauber braucht mich ja damit er wirken kann in seiner vollen pracht bling bling äh zinkmatch vorwärts natürlich wir sind in die falsche richtung gerannt wieso ok wir könnten mal kurz zurück und nachher zeug verticken ja meinetwegen aber wir sind halt in die falsche richtung gerannt hier ist schon das chaos sanktarium und wir müssen auch den seelenstein kaputt kloppen auf jeden Fall haben wir schon mal das portal na mal hin finden wir da schon mal jetzt schnell hin das ist etwas und wir können uns mal aufrischen was tränke angeht das ding ich brauch das gar nicht ich bin eigentlich voll ich habe einen ring der macht der macht level 1 giftdolch 13 von 22 Ladungen verkauf ihn jaja ich hab was für dich vielleicht gar nicht so schlecht wäre stampi das dann wieder stand plus 13 prozent halbierte dauer der erstarrung der Arschentrauerung ja der Arschentrauerung ja ich liebe Arschentrauerung hier ist der ring der Arschentrauer jetzt hast du es jetzt hast du es geschafft hol Arsch der Herrentrauerung das ist der Arsch der Herrentrauerung das ist der Arsch der Herrentrauerung so ich kurz mal noch ein paar Steine vor die Truhe mein Kopf hat gerade einen Knoten möchtest du eine Karotte ich weiß noch damals hatte ich einmal hatte ich damals ja im alten Let's Play hatte ich ja richtig heftigen Gegenstand das höchste was ich habe sind gelbe Gegenstände ist gelb über blau ja ja obwohl es einige blaue Gegenstände schon gibt die besser sind als gelb geil ich habe gerade mal einen blauen gegen einen gelben Gegenstand ich habe gar keine gelben Moment ich habe aber einen grünen ein Schwanzbogen und einen Scheißbogen ich bin mal neun Gürtel vertragen meiner sitzt gerade viel zu eng Moment das heißt wir müssen jetzt wieder in die Stadt der verdammten das ist kürzer doch die Stadt der verdammten ist glaube ich kürzer ich besuche mal kurz neun Gürtel ja okay und von da aus wieder in den Flammenfluss okay dann brüllst du einfach ich mach doch ein Portal auf du kannst zu uns hol und ich carry das jetzt okay ich setze ein paar Pilze und oh Moment falsches Spiel 17% schnellere Erholung nach Treffer Blitz Blitzwiderstand plus 21% hört sich gut an okay und obwohl Blitzgegner werden hier nicht so viele sein wohl hier ist noch ein Weg ja genau geht man da hoch wenn es jetzt so möglich könnten vor Ort und er hat sie nicht Aarhus 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 Flammenfluss statt der verdummten da haben wir auch alles wohl gemacht hat okay Danke wow ganz ehrlich ja oh fuck oh fuck da ist er wow oh mein Gott macht der Schaden oh Gott der Schmied fog den Schmied fog den Tank oh Mann oh ein Hirschbogen was meins 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 oh ach so ein blauer egal Hirschbogen einfach mal reingucken du kannst ihn nicht auf schmeiß den Scheiß weg wieso kannst du den nicht aufnehmen oh weil der so groß ist so ich hab den Hammer ich hau gleich mal auf die Schmiede drauf ne oh tobe dich aus ich will noch die Viecher kaputt machen hier okay ähm man der ist eigentlich ziemlich gut ich warte mal ich hab den Hammer nicht ich hab den Hammer unmöglich sie sagt alles ist unmöglich ich hab auch schon gleich Mephistus Seelenstein mitgenommen den hatte ich sonst auch da mach kaputt ach der Steine ach der Seelenstein lag schon drauf okay wow das kann ich ja gar nicht erinnern guckt euch an all diese Halloween Monster jetzt gehen wir erstmal zurück und kotzen schön die Truhe voll ja und dann gehen wir gleich zur Kirche oh das Chaos Sanktuarium sind wir echt schon so weit ja das sind wir na toll jetzt habe ich hier nur einen endlichen Mephistus Seelenstein ich schmeiß den ins Feuer Moment ich schmeiß den ins Feuer plopp ja was den Seelenstein haben wir ja schon zerstört dann brauch ich meinen ja nicht mehr ähh du machst doch halt ein Alter da steht drauf ich habe Mephistus Seelenstein zerkloppt ähm Stambi du machst einen kleinen Fehler das was du meinst war ein Ring hä und der Typ hieß Sauron ach so ja den muss ich ins Feuer oh ich muss diesen Stab haben ich muss ihn haben plus 1 zu Feuerfertigkeiten Verteidigung des Ziels ignorieren plus 1 zu Inferno ooooh geil oh ich hab noch einen Schädel Moment ich hab noch einen Schädel und dann noch plus ist das 60 oder 50% Schaden an Untoten zur Not ist es Blaventine yes I have a perfect skull einen perfekten Kopf Gott ist der selbstverliebt sieht man noch gar nicht und hat den Klappen Moment was war Inferno nochmal Inferno war ganz viel Feuer ach so das war das in oh oh mhm aber plus 1 alle Feuerfertigkeiten ist doch schon mal geil naja so 1 hab ich ja schon ich warte ich warte vor dem Sanktuarium auf euch ja ich brauch noch einen Ticken ja ich steh hier und sag das hier stirb Zeit zu sterben stirb Zeit zu sterben ich hab 3 äh perfekte Saphire die machen jeweils plus 40 Mana ich hab nicht ein wo ich auch nur irgendetwas drauf socken könnte alter Hagete du standest gerade in der Lava das ist nur eine Schleichwunde boah ganz ähnlich ich guck grad die ganze Zeit nonstop in die Lava das ist nicht gesund naja das sagen sie immer ne mein Amazon sagt dazu das stirb 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 also wenn irgendwer eine gesockelte Rüstung für Fabi findet aufwapp bewahren ja heb endlich die Klunga auf cool ich mach nen Schatz auf und find nen großen Holzhammer ich musste erstmal Platz in meinem Schränkchen machen in deinem Schuhschränkchen jep hast du wieder zu viele Schuhe ja das ist auch so ein Engel wissen dann dass Diablos Penis länger ist als der von anderen ja das letzte Gefecht in der Hoffnung wieso renne ich nochmal vor weil du doof bist äh ich hab nen Gürtel ich findest du Stampi mhm was macht der? äh feuerwiderstand plus 9% wie viel Verteidigung? äh 2 ne ok ich hab einen mit 20 Verteidigung wow warum man mhm ich bin auch nur scheiß ich hab voll auf die Stärke geskillt ich kann äh äh fettere Sachen tragen er weiß eben in was er gut aussieht und dieser Gürtel sagt einfach yes du hast die Figur dazu dieser Gürtel sagt einfach funkel weiter mein Schnuckelchen hättet ihr das Vergnügen mir zu assistieren? naaa bist du schon wieder weiter gerannt als du sollst ich hab gesagt ich möchte dieses Projekt beenden damit ich anderen Scheiß aufnehmen kann ja aber wir sind doch so schnell vorbei gegangen dann können wir doch wohl noch mal ein bisschen in der Town rumknabbeln rumknabbeln? ja ich fühl mich grad wieder dezentropzig mooooo coolen Geweih ich wollte schon immer mal ein Hirsch sein äh ok Fabi benutzt keine Schilde aah ja glaub ich besser oh Schneidebogen was ist das? du kennst Schneidebögen nicht? was? schmeiß mal her wo ist jetzt der Schneidebogen? keine Ahnung ich hab den nicht hab ich den? ich will den an oh ich hab den sorry das ist meineter typisch wenn ich mal kein Truinen spiele ein dreifach gesockelter Kopf ganz ehrlich das ist ein Schneidebogen ist nix tolles das ist ich will ihn trotzdem mal sehen hier ja ok vergisst das ich dachte der hätte mehr als einen Sockel wenn er vier Sockel gehabt hätte hätte er da ein super Amazonen runenboard drauf gekonnt nennt sich das ne es müsste Talhul L sein oder so Gesundheit das hätte ich sogar das hätten wir glaube ich sogar oder Talhul Ohm oder sowas ok Ohm haben wir nicht omnipotent weil Ohm heißt für mich nur Oh mein Gott oh mein Gott es ist christmas oh mein Gott es ist Hölle oh Pfeile ich brauch Pfeile Moment schnupp oh mein Gott die Zeit oh mein Gott die Zeit hast 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 du eine Fähigkeit mit über 10 Sprillpunkts drauf ne noch nicht ja eben also ich damit man mein Hammer ansatzweise merkt auch da 11 Sprillpunkts drauf Blaschemie oder ok doch ich habe auch Feuerball 12 mit dem greife ich hoch an ja ok dann immerhin Feuerball wenn du so 5 oder so auf Meteor hast macht Meteor halt über Schaden ich glaube ich sollte nochmal neues kannst du das denn überhaupt ich hab noch nicht du hast noch nicht umgeskillt nee dann kannst du das und da liegt eine Bänderrüstung ätherisch leck mich wo ist Bänder aus dem Spiel das ist ein toller Roboter ätherisch haben wir dir ätherische Sache noch nicht erklärt ach so ätherische Sachen ätherische können nicht repariert nicht repariert ich hab da gelesen Welcome to Chaos Sanctuary oh mein Gott Einwohnerzahl 3000 Giftfürsten und ich glaube das ich hab das Fall ich mach ich am Ende der Session das holst du oh mein Gott und wenn mein Feuer dich nicht tötet also für Akt 5 brauchen wir auf jeden Fall deinen übermäßigen Schadensoutput da würde ich ja entweder alles auf Feuerball oder äh viel auf Meteor weißt du so ein 1 am Midlaner aber sowas ja du musst halt Full AP bilden ne Early Ravadons weißt du was irgendwie verwechselt ihr hier gerade was äh super ich brauch mindestens zwei gesockelte Rüstung zu fahren oh guck mal lauter Galios das ist doch nicht Galio das ist der Baron äh wer möchte einen dreifach gesockelten Knochen hellen oh zweimal wer fährt für meinen Baban damals aber die Verzeichnung hat der warte mal der ist zweifach gesockelt und hat 33 ne danke ich hab einen 50 ganz ehrlich das wär Moment ich noch ein Helm ja wir reden jetzt von den Dingern für Babar oder? nein ich rede von den Schädeln mit Hörnchen drauf fack 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 ich muss mal kurz zurück rha gedö stay alive ja ich musste kurz zurück da mein Bürger gestorben fight for the right to party und am portal gebaut ich habe doch gesagt ich muss kurz zurück so vor einem portal gebaut sagen was greift ihre hagel da was habe ich denn da süß doppelter gürtel verteidigung sex und leben ja da seid ihr gut und wo gehen wir überhaupt hin das ist einmal im kreis ja wir wollten nur mal kurz gucken ob da noch irgendwelche ficher sind ja da waren welche die haben mich angegriffen